Oh, die Dämonenwaffe. Hier, machen wir jetzt Abno-Tarnen. Ja, machen wir den Abno. Ist ja jetzt wahrscheinlich hier in der Stadt dann drin, ne? Ja. Das hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Wir haben aber ein Ziel. Hast du überhaupt mitgehört gerade eben? Oder warum redest du so ein Mist, Basti? Also. Wäre noch ein Quest, wollen wir auch da noch aktivieren, oder? Kann man. Wir müssen eh Quests. Ach nee, das ist doch... Redet mit Holgun, aber gut, das ist ja kein Hauptquest hier oben drüber, ne? Ne, das wird's nicht. Dann machen wir das mal. Kommt ihr aus Balfoyen? Bringt ihr Neuigkeiten? Wir haben den Angriff des Bündnisses dort zurückgeschlagen. Haben die Signalfeuer funktioniert? Ja, Soldat. Ich danke euch. Wir werden dem Bündnis einen guten Kampf liefern. Ohne eure Warnung wäre Davons Wacht in ihren Händen. Fühlt sich gut an, eine Stadt zu retten, oder? Klar. Davons Wacht wird vom Bündnis angegriffen. Diese Teufel haben die nördlichen Bezirk bombardiert. Jetzt sind sie an Land und bereiten sich auf den Angriff vor. Ich brauche jede starke Hand für die bevorstehende Schlacht. Stehe an eurer Seite, Holgun. Dann werdet ihr dort sein, wo ihr gebraucht werdet. Großmeister Tanwal Induril befindet sich im Moment in einem Anwesen im Norden der Stadt. Er hat einen klugen Plan, aber er benötigt Hilfe. Los geht's. Folgt mir oder trefft mich dort. Eure Entscheidung. Wir treffen uns dort. Ja. Ich habe noch einiges zu tun. Wir treffen uns dort. Ihr findet das Anwesen einer nördlichen Stadt, Mauer. Ich werde mit Tanwal dort sein. Da kann man nämlich selber entscheiden, was wir machen. Okay, aber das ist jetzt Hauptquist. Ja, das war als Hauptquist, das wir aktiviert haben. Deswegen lassen wir das auch. Sprecht mit dem... Ach ja, ist Abnothan. Sprecht mit Abnothan. Und der müsste jetzt ja irgendwo hier sein, ne? Ich weiß nicht wo. Hier drüben ist noch ein Quest. Äh... So, du bist gerade dort. Ach, hier hinten. Der ist hier im... im Boot hinten. Ah, hier in the boat. Das ist wahrscheinlich ein Reiseding, oder? Ich muss... Ne, ich glaube nicht. Oh, dreist nach Deutschsturz, doch. Ach so. Sprechen wir mal. Wir können ja mal hingehen. Wir werden mal sehen, ob das... Hier ist noch ein Quest. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmes Geschichten. Kartenspielen, okay. Hilda, ihr habt einen hungrigen Blick. Die Augen eines wahren Wettstreiters. Das kann ich sehen. Nun, mein Freund, Ruhmes Geschichten ist das richtige Spiel für euch. Was ist Ruhmes Geschichten genau? Es ist natürlich ein Spiel. Ein Kartenspiel, um genau zu sein. Voller Wendungen, Nervenkitzel und schluchten tiefer Strategie. Ich bin umhergereist und habe neue Spieler angeworben. Es war eine Menge Beinarbeit. Doch wenn man die Freude der neuen Spieler sieht, hat sich jeder Schritt gelohnt. Okay, wie spiele ich? Ha! Noch jemand, der auf den Geschmack gekommen ist. Wenn ihr das Spiel lernen wollt, solltet ihr nach Gonfalon auf Hochinsel reisen. Und mit meinem Freund Bragas sprechen. Ihr findet ihn in der Spielhalle der Stadt. Er stattet euch aus. Ich wünsche euch sichere Reisen. Und viel Glück bei dem Spiel. Na gut, dann suchen wir den mal auf, ne? Ihr werdet eine so tolle Zeit haben. Ich kann mich noch an meinen ersten Sieg erinnern. Was für Wonne, Schauer. Ich selbst bin eigentlich auf dem Weg zurück nach Gonfalon. Also sehe ich euch dort. Okay, mach's gut. Wir wollen aber... Abnur Tann. Genau. Weil ich vermute nämlich, dass Abnur Tann das Quest von Elsweier ist. Das kann sein. Weil das mit der Dämonenwaffe... Dämonenwaffe. Hier sind auch noch Quests. Hm? Hm, hm, hm. So, ja, aber ich weiß nicht. Tiefer, tiefer. Titanenwind. Was ist ein Nebel denn hier vorne so? Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Gesund sieht das nicht aus. Hm, hm. Aber vielleicht ist das auch ein Quest. Das kann durchaus sein. Wir gehen jetzt mal runter zum Boot. Also gehen wir ein paar Meter zurück, ne? Ne, hier ist ja nicht irgendwo eine Treppe oder so. Hier und dann falle ich hier runter. Neeee. Sicher als haben wir eine Vorwärtsrolle gemacht. Das wäre wahrscheinlich... ...unglücklich geendet. Ich bin durch und durch gerollt. Jetzt hier richtig, oder? Hier hinten sind dann... Die Richtung, ne? Hier hinten ist dann auch noch ein Quest. Kommen wir hier zu dem Schiff. Sprech mit einem Amnotan höher. Aber dann... Genau, hier aufs Boot. Kommt mal hier hoch. Ist hier ein Spider? Nee, das hängt mal. Ich kann den steilen Anstieg hochlaufen. Hattest du da eine Kletterausrüstung dabei? Ja, cool. Dann hätte ich ganz schön springen müssen. Das sah von unten erst nicht so aus. Höher. Gehen wir einfach mal Treppe hoch, ne? Wenn es heißt höher. Ja, ist Reisen, ne? Ja. Gut nach Dolchsturz. Nee, dann machen wir es auch nicht. Weil Dolchsturz ist doch wieder... Starwands Wacht. Ebenherz. Da bestimmt nichts von hier Dolchsturz. Nee. Dolchsturz. Eschan. Steinfälle. Rift. Ostmarsch. Wadenfell. Dolchsturz ist jetzt wieder irgendwo. Was? Dunkelforst. Ach, hier ist Dunkelforst. Wer weiß, wo Dolchsturz es wieder ist. Wir kennen uns noch nicht ganz so aus mit den ganzen... Machen wir es später. Es ist irgendwas, was später läuft. Also... Gehen wir mal hervor in die Hütte und machen wir so ein Quest. Okay. Ist mein Huhn jetzt gerade auch gestürzt? Nee, das ist... Nee, es läuft hinter dir. Das Huhn ist noch da. Mein Huhn. Ich läufze jetzt einfach hinterher. Du hast irgendwelche Quests gesehen. Jetzt wäre ich fast abgestürzt. Du kannst schwimmen. Mein Huhn ist ja schließlich keine Ente. Ach so. Läuft aber so. Der da. Ach, das ist das Ding. Sucht ihren Ruhm. Ah, das... Okay, machen wir mal. Aktivieren wir mal, ne? Reichtum und Wohlstand verblassen im Vergleich zu hart verdientem Ruhm. Meine Narben würde ich für nichts in Tamriel verkaufen. Ich glaube, ich habe einen Falschen angesprochen. Kylestick, die Axt muss ich ansprechen. Ja. Bei den Göttlichen. Die Bedienung an diesem Ort wird jeden Tag hässlicher. Geht er tatsächlich davon aus, dass ich hier ein Kellner bin? Ausschenken kann ich. Aber eher im Kampf. Ha, ist das so? Wohlan denn? Klingt für mich, als ob ihr einer der Unerschrockenen werden könntet. Genau, die Unerschrockenen-Quests sind das. Die Unerschrockenen? Was ist das? Eine Liga gleichgesinnter Abenteurer. Jeder von uns strebt eifrigst nach Reichtum und Ruhm. Klingt das nach jemandem, den ihr kennt? Also, was sagt ihr? Meint ihr, dass ihr einer der Unerschrockenen werden könntet? Er setzt Ruhm durch Ruhm, bin ich dabei. Ja, ich möchte einer der Unerschrockenen werden. Seid ihr sicher? Verliese erkunden und gegen Monster kämpfen. Das ist nichts für schwache Nerven. Ich habe keine Angst. Ich pull. Jetzt haben wir Pilzkräuter des Endverlies. Ja. Das haben wir jetzt aktiviert. Aber das ist ein schönes... Warte mal, ist hier hinten noch irgendwo eins? Miri, geh mal weg. Jetzt werden wir noch andere Quests aktivieren. Tiefer, Lyris Titan Kind. Ich weiß nicht mehr, wohin. Tiefer. Was ist das hier? Ja. Lyris Titan Kind. Was hinter dem Haus? Was hinter... Neh, mal kurz. Das ist hier falsch. Tiefer, dann muss ich dann... Ist das Quest noch da? Was in die Richtung laufen, dass ich ein halbes Ziel habe? Dann muss ich hier irgendwo... Keinem lassen ist schon mal wo. Ich glaube, es ist zwar hoch, aber... So. Hier geht sowas hoch. Schau mal weiter in die Richtung. Jetzt ist es auf jeden Fall... Ich laufe gerade völlig dran... Ja, irgendwo... Hier. Hier, hier. Tiefer, tiefer. Ich laufe hier gerade um dieses Questrings rum. Nee, ich habe ehrlich gesagt... Kein lassen Schimmer. Wo die sein soll. Du bist... Hier vorne auf dem Steg. Auf dem Steg. Hat das eine Kiste? Hast du jetzt mal eine Kiste gefunden? Und ich gucke mal weiter, ob ich hier... Steht tiefer und weiter runter. Wo soll ich denn noch hingehen? Kann jetzt eigentlich bloß auf der anderen Seite der Mauer sein? Keine Ahnung. Doch, das könnte hinkommen. Also quasi irgendwo hier. Zwischen den Mauerstücken. Ich weiß nicht, ob man hier unten in Richtung Verlies kommt und dann unten um der Mauer ringsrum laufen kann. Können wir mal probieren? Also kann ich halt vielleicht gleich hier hinten langlaufen? Bist du jetzt hochgegangen? Nee. Du musst genau in die andere Richtung laufen. Ach, da hinten läufst du. Wart auf mich. Aber hier... Gut, hier ist ein Tunnel. Hier drin? Das ist aber anscheinend das Verlies, ne? Krähenwald ist das hier. Oh, hier ist eine Kiste. Krähenwald entdeckt. Merkwürdige Truhe. Die will ich jetzt nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ist. Ob das du sie benutzt? Krähenwald, das ist hier, wenn du in der Kotte bist, diesen Gebietsleitfaden öffnest. Gruppenwagen ist im Krähenwald. Ja, da gibt es auch verschiedene Sachen. Ich glaube, da gibt es auch eine große Spinne. Und verschiedene Gegner. Mhm. Fünfe. Das ist aber nicht das, wo wir hinwollen. Ne. So, guck mal. Ne, wo geht es denn hier raus? Hier lang? Da lang? So, hier war es jetzt auch nicht. Ich möchte doch mal hier noch weiter außen rumlaufen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo eine Kiste. Da läuft hier auch jemand rum. Lung. Lang. Irgendwo durch. Hier lang. Ne. Hier geht es auch nicht weiter. Also in der Richtung kommt man nicht da dran. Und weiter geht es dann. Ich glaube, ne, ne? Ne. Dann können wir die Mauer beispielsweise aus der anderen Richtung erreichen. Ich bin ja auch blöd. Warum? Ja, wir haben vorhin noch eine Runde Fallgeist gespielt. Und jetzt habe ich Sprung und danach X gedrückt, weil ich einen Hechtsprung machen konnte. Ach so. Okay. Es hätte ausgesehen, wenn jetzt der Ork so einen Hechtsprung gemacht hätte und voll mit ein paar auf dem Boden geplatscht wäre. Ach man. Die Spiele einen beeinflussen können. Das hätte was gehabt. Platsch. Aber das hatte ich auch schon, äh, das war letzte Woche. Ich habe letzte Woche Overwatch 2 gestreamt. Und habe danach an dem Abend noch Rocket League gespielt. Und normalerweise sieht Rocket League immer verdammt schnell aus. Rocket League war an dem Augenblick so extrem langsam, weil Overwatch noch eine viel höhere Geschwindigkeit hatte. Ich habe erst gedacht, hier, irgendwas ist hier kaputt, weil das mir alles zu langsam macht. So, gehen wir mal hier rüber und dann... Sehen wir mal hier vorne irgendwo runterkommen. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, wir müssen erst aus der Stadt raus und dann... Ja, und dann können wir ja mal ins Verlies gehen. Meinst du die Pilzgrotte? Ja. Meinst du, die schaffen wir? Ja, warum nicht? Ich glaube, das ist eine der einfacheren. Ja, das... Ich kann mich an diese Pilzkräuter erinnern. Das ist, ich glaube, das erste Verlies, das wir hier gemacht haben. Wo du am Ende angegriffen warst und ich hier ganz bloß im Kreis gerannt bin beim Endgegner. Ja, na und? Dann rennst du halt wieder nur im Kreis. Aber diesmal bin ich erwähnt, so ein Distanzcamp war. So könnte ich mit dem Kreis wenigstens noch ein bisschen was angreifen. Jetzt laufen wir mal noch in die Richtung, weil irgendwo war... Dort hinten war halt mal hin. Aber... Na, dort nicht. Da kommst du irgendwie hin. Das ist der riesige Weg. Außen rumlaufen. Das haben wir auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht, ne? Lorela, bist du die, die man ansprechen muss? Wir züchten gut. Ähm... So. Ja. Hatten wir das auch mal wieder? Erledigt? Oh, was? Da ist er, da ist er, da ist er. Genau, ich trinke erst mal was. Das ist ja ein Boss-Gegner. Das habe ich ja völlig verpasst. Das ist ja. Okay. Tschüss. Ja.